Einerseits ist es natürlich schwierig, von daheim wegzugehen. Also alles hinter sich zu lassen und dann in einer Institution zu wohnen, das ist schon hart. Aber viele Frauen sind auch einfach so froh, dass sie in Sicherheit sind. Also wir haben so ein elektronisches Verriegelungssystem, das heißt, wenn die Frau durch die Tür geht, schließt sich so ein, das macht so ein Geräusch, ein Balken. Und das haben ganz viele Frauen gesagt, der Balken hat sich geschlossen. Und ich habe mir gedacht, endlich in Sicherheit. Ja. Ja.